Wir haben eben auch bei den Neuzugängen schon Jungs, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Ein großer Ansporn ist es in diesem Wettbewerb auch weit zu kommen, weil du natürlich als Mannschaft einfach wahnsinnige Erlebnisse in so einem Wettbewerb, wo es nur K.O.-Spiele gibt, auch haben kannst. Trotzdem beginnt alles mit dem ersten Schritt und der erste Schritt heißt Energie Cottbus und das müssen wir seriös angehen und da müssen wir gewappnet sein für eine hitzige Atmosphäre, für einen Gegner, der sich sicherlich nicht verstecken wird und da ist jetzt mein Fokus drauf. Ansonsten weiß ich natürlich auch, dass Werder den Pokal schon ein paar Mal gewonnen hat, auch wenn es ein bisschen länger jetzt mittlerweile schon her ist. Ich will gar nichts dazu sagen. Ich glaube wichtig, ich habe es wirklich auf Cottbus, auf das erste Spiel. Klar ist es so, habe ich auch gerade gesagt, dass es immer gut ist, über den Pokal dann auch Einnahmen zu generieren, aber wichtig ist für uns wirklich das Cottbus-Spiel. Und klar wäre es auch schön, wenn wir die ein oder andere Runde überstehen. Ich meine, es sind immer besondere Erlebnisse im Pokal. Du kannst durch ein paar Spiele wirklich Großartiges erreichen. Ja, es ist so, dass wir schon viel unterwegs waren, speziell auch Tom Sichon viel unterwegs war, sich von Cottbus viele Spiele auch live vor Ort angeschaut hat. Man hat natürlich auch immer irgendwo Möglichkeiten auf Videomaterial zurückzugreifen. Auch aus der letzten Saison selbst noch. Es ist eine Mannschaft, die eine ganz klare Idee hat, die auch versucht Fußball zu spielen, die aktiv verteidigt in der Regel. Insofern können wir nicht davon ausgehen, dass da jetzt so ein passiver Gegner in irgendeiner Form auf uns wartet, sondern ich glaube schon eine Mannschaft, die dann auch es gewohnt ist, mit einer klaren Struktur von hinten heraus zu spielen. Ja, wir hatten ein paar gegeben, die nicht mit nach Cottbus kommen können. Manuel Mbom ist bekannt, die Kenny Salifu ist bekannt. Auch Ehren konnte die Woche noch nicht trainieren. Gleiches gilt für Benni Goller. Abed ist noch krank und auch Niklas Stark war jetzt die letzten beiden Tage krank und auch da sieht es so aus, als würde er nicht rechtzeitig wieder gesund werden. Ja, Toni ist fit, hat die Woche jetzt wieder mit der Mannschaft trainieren können, hat natürlich trotz alledem ja insgesamt, was Spielpraxis angeht, einiges verpasst an Testspielen. Ja, wir haben das besprochen im Trainerteam, auch mit den Torhütern besprochen, wird so sein, dass Pavlas im Tor steht. Pavlas ist die Nummer eins bei uns, auch in beiden Wettbewerben. Im Endeffekt ist es so, dass natürlich die Spieler, die diese Abläufe kennen, insofern einen gewissen Vorteil haben, als dass sie das halt schon ein paar tausendmal wahrscheinlich im Training, im Spiel irgendwie gemacht haben, durchdacht haben. Und das ist natürlich dann immer die Frage, wie schnell kriege ich das als Neuzugang entsprechend auch umgesetzt. Aber wir haben eben auch bei den Neuzugängen schon Jungs, die ja nicht auf den Kopf gefallen sind, die eine gewisse Spielintelligenz auch mitbringen. Deshalb ist es eben sinnvoll, vielleicht auch gerade auf zentralen Positionen, dann in einer Vorbereitungsphase erstmal auch darauf zu setzen, dass dort eben die Abläufe so klar sind, dass die Jungs drumherum auch sich an die Abläufe gewöhnen können. Trotzdem bin ich mit Jens zufrieden mit der Entwicklung, die er auch in den letzten Wochen genommen hat. Ich glaube, man sieht schon, was er auch für Qualitäten in unser Spiel bringen kann. Das war auch in den Testspielen zu sehen. Und insofern bin ich zufrieden, froh, dass er da ist. Ich glaube auch, dass er im Laufe der Saison auch für uns eine sehr wichtige Rolle einnehmen kann, wenn er sich entsprechend so weiterentwickelt. ... Untertitelung des ZDF, 2020